Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu Transferinsight der Fußball-Bundesliga. Auf dem Transfermarkt ist ja aktuell einiges los und deswegen gibt es nun das neue Format, wo wir jede Woche auf alle 18 Erstligisten schauen und kurz und kompakt darauf blicken, welche Transfers wurden schon getätigt, welche Baustellen hat der Kader und welche Transfers wird es auch noch geben. Welche Spieler werden kommen, welche Spieler werden gehen und das zu jedem Bundesligisten. Also, lasst uns reingehen in Transferinsight Bundesliga. Wir legen los mit Werder Bremen, wo ja mit Nabi Keita und David Kownazki zwei neue Spieler da sind. Meiner Meinung nach auf jeden Fall zwei wirklich gute Deals und viel hängt nun auf jeden Fall noch davon ab, wer geht und wer bleibt und in welchem System man auch am Ende plant. Auf der 6, da sucht man ja schon lange nach einem neuen Spieler, Leon Flach, war ja dort das jüngste Gerücht in der Innenverteidigung, könnte noch was passieren. Je nachdem, ob vielleicht noch einer wie Milos Vekovic geht und auch rechts hinten ist es durch Verletzungen dünn. Plus, auch Mitchell Weiser ist ja weiterhin Kandidat, der Werder verlassen kann. Also viel ist er, oder verlassen könnte. Ich denke mal nicht, dass er Weiser abgeben möchte, aber ein Abgang ist ja nicht ganz auszuschließen. Und viel ist auf jeden Fall schon grundsätzlich fertig bei Werder, auch durch die Vertragsverlängerung von Marvin Dux. Aber es ist auch irgendwie noch viel zu tun. Erst recht, wenn natürlich am Ende Niklas Füllkrug doch noch gehen sollte. Ansonsten aus der Kaderbreite Spieler wie Oliver Berg oder auch Jean-Manuel Mbom könnten Werder verlassen. Bei RB Leipzig wurden ja schon viele, viele Millionen eingenommen. Eingenommen durch Guardiol könnten ja auch noch weitere hinzukommen. Dann gilt es aber auch ordentlich nachzulegen. Dafür braucht es aber auch erstmal noch weiteren Platz im Kader. Denn es gibt ja reichlich Leihrückkehrer. Die will man sicherlich endgültig abgeben. Marcel Halstenberg liebäugelt ja mit einem Wechsel zu Hannover 96. André Silva könnte gehen. Und dann braucht man auf jeden Fall reichlich neue Spieler. Natürlich mindestens einen neuen Innenverteidiger. Biciabu wird ja dort immer wieder gehandelt. Rechts hinten würde man gerne Geytrüder hinzuholen. Und dann braucht es logischerweise auch noch weitere Offensivkräfte. Klar, man hat mit Seiwald, Baumgartner, Carvalho und Cesko dort schon nachgelegt. Luis Openda soll unbedingt kommen. Aber selbst das reicht glaube ich noch nicht aus. Also Leipzig hat noch wirklich unglaublich viele Baustellen im Kader. Max Eberl hat hier noch super viel zu tun. Und vor allem auf der Abgangsseite ist ja bei Gladbach wiederum schon viel passiert. Die Abgänge von Hofmann, Stindl und Thüram schmerzen vor allem offensiv. Und klar, ein Umbruch, der wurde ja auch mal Zeit. Finanziell ist das aber nun so schwierig, weil ja auch eigentlich auf jeder Position Verstärkung gesucht wird. Denn in der Innenverteidigung gibt es aktuelle Gerüchte um Elwedi und Itakura. Ansonsten steht ja die Abwehr schon. Auch im Tor ist man gut aufgestellt. Und dann braucht man eigentlich noch einen Verkauf von Manu Kone, um wirklich auch richtig viel Geld zu haben. Auch Alassane Plea könnte gehen. Und dann brauchst du eine komplett neue Offensive. Ich denke mal, dann wäre auf jeden Fall wieder einer wie Rida. Sehr interessant. Auch Honorar könnte ja kommen. Und Noashu war jetzt das jüngste Sturmgerücht. Also auch dort muss noch ein bisschen was passieren. Wenn wir natürlich jetzt jede Woche auf ein aktuelles Update hier mal blicken, bin ich sehr gespannt, was vielleicht innerhalb der nächsten Tage bei Gladbach passieren wird. Neben den Transfers von Kiarodia, Ulrich und Hack. Mit Damen, Pfeiffer, Breithaupt, Okugawa, Michel und auch der Festverpflichtung von Berisha hat Augsburg bis hierhin für mich auf jeden Fall richtig gute Arbeit gemacht. Jetzt heißt es sicherlich erstmal, den Kader auszudünnen. Auch hier sind die Laurekehrer vor allem auch ein Thema. Denn der Kader ist deutlich zu groß. Man sucht ein Upgrade auf der Position des rechten Verteidigers. Konkrete Gerüchte gibt es aktuell vor allem um Marco Richter und Philipp Tietz, die aber auch eigentlich nur dann Sinn ergeben würden, wenn andere Spieler gehen. Megan Berisha und Emeldin Demirovic sind da sicherlich die wahrscheinlichsten Kandidaten. Beim FC Bayern warten sicherlich alle auf Harry Kane und Minja Kim. Zwei Deals, die die Qualität der Mannschaft natürlich auf Anhieb unglaublich erhöhen können. Raphael Guerreiro und Konrad Leimer sind ja schon da. Und bei Abgängen im Zentralmittelfeld ist auch dort ein Neuzugang für die Sechs auf jeden Fall noch denkbar. Ansonsten müssen aber auch erstmal Spieler verkauft werden. Klar, Kyle Walker soll auch kommen, wäre aber auch eher ein Ersatz für Pavard. Aber Mamadashvili könnte jetzt nochmal fürs Tor verpflichtet werden, wobei die ganze Geschichte nicht mehr ganz so heiß ist. Weil man eben jetzt erstmal abwarten muss, wann Neuer überhaupt wieder fit ist. Auch deswegen ist ein Sommerabgang auch noch nicht ganz klar besiegelt. Mané würde man gerne abgeben. Lucas Hernandez will gehen. Gravenberg, Sabitzer, wie angerissen, zentrales Mittelfeld. Also Bayern will auf jeden Fall viel machen. Es sollen zwei, drei Topstars kommen. Aber so richtig voran geht es eben auch noch nicht. Wiederum voran ging es beim 1. FC Köln schon ordentlich. Denn die Transfersperre, die wurde ja aufgehoben. Und der FC hat das ja wirklich sehr gut dafür genutzt, den Kader aufzubessern. Denn mit den Neuzugängen, die da sind, ist auf jeden Fall schon vieles gelungen. Meiner Meinung nach, vor allem Pakarada und Waldschmidt passen sehr, sehr gut. Auch Jakob Christensen macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und trotzdem sucht man noch nach weiteren Spielern. Im Tor nach einer neuen Nummer 2. Da wird ja vor allem noch Martin Freisel gehandelt. Rechts hinten muss noch ein Konkurrent für Benno Schmitzer. Und auch auf der 6 als Ersatz für Skiri. Neben Christensen hat man ja Janik Keitel durchaus ins Visier genommen. Und dann hält man auch nochmal die Augen offen nach weiteren Verstärkungen für die Offensive. Hollerbach sollte ja eigentlich kommen. Steht aber ja nun vor einem Wechsel zu Union Berlin. Und vor allem Katerbach und Adamian sind für mich klare Abgangskandidaten. Soldo könnte möglicherweise in der Innenverteidigung noch verliehen werden. Leverkusen hat bislang ja auch viermal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Und bei mir hinterlässt das einen richtig, richtig guten Eindruck. Denn alle vier Neuzugänge, Grimaldo, Arthur, Schaka und Hofmann sehen schon richtig, richtig gut aus. In der Spitze ist man auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Nun werden vor allem auch noch dann Neuzugänge kommen, wenn Spieler gehen. Klar im Tor gibt es jetzt das jüngste Gerücht mit Kovacevic, dass man dort vielleicht nochmal einen richtig guten Konkurrenten zu Radetzky holt. Maillère könnte nochmal für die Zentrale kommen. Justin Diehl als junges Talent. Aber ansonsten werden wir wahrscheinlich in der Innenverteidigung nochmal was machen, wenn vielleicht Jonathan Tarr geht und ebenso Frempong Diaby. Sollte es dort noch Abgänge geben, wenn wir vielleicht auch da dann nochmal nachlegen wollen. Denn das sind natürlich dann mögliche Verluste, die wehtun. Aber bis hierhin hat vor allem auch Simon Rolfes, wie ich finde, einen richtig, richtig guten Job gemacht. Der erste von den zwei Aufsteigern aus Darmstadt hat sich bislang auf dem Transfermarkt noch relativ zurückgehalten. Meiner Meinung nach mit vier Spielern hat man seinem Kader natürlich mehr Möglichkeiten gegeben. Besonders interessant ist, dass es sich fast nur um Bundesliga unerfahrene Spieler handelt. Je nachdem, wenn noch so geht, wird hier auch nochmal nachgelegt werden müssen. Für mich die größte Baustelle auf jeden Fall die Innenverteidigerposition. Da soll ja Christoph Klara auf jeden Fall kommen. Philipp Tietz könnte den Verein noch verlassen. Hatten wir ja vorhin schon beim FC Augsburg als mögliches Gerücht. Und ich denke mal, dann wird man trotz der Verpflichtung von Hornby auch im Sturmzentrum nochmal was machen wollen. Während es in den letzten Sommern ja immer wieder große Umbrüche bei Union Berlin gab, hat man dieses Mal mit Alex Kral und Mikkel Kaufmann erst zwei neue Spieler verpflichtet. Aber vor allem auf der Position des linken Schienenspielers wird noch Verstärkung für die Champions League gesucht. Robin Gosens wurde ja dort immer wieder genannt. Die ganze Geschichte ist ja ein bisschen abgekühlt, aber auch noch nicht komplett weg. Im Sturm soll der Benedikt Hollerbach kommen, aber sollte da einer wie Giraldo Becker gehen, muss man sicherlich nochmal nachlegen. Brennan Aronson ist ja ein Kreativspieler fürs Mittelfeldzentrum. Fände ich auf jeden Fall sehr interessant. Und jüngst gibt es ja auch das Gerücht um Danilo Döcki, dass er bei Neapel auf dem Zettel steht als möglicher Ersatz für Kim. Das wäre natürlich schon ein schmerzhafter Verlust für die Innenverteidigung. Leihrückkehrer wie Skarke oder Van Drongelen können sicherlich Union endgültig verlassen. Endgültig will sich auch der VfL Bochum wieder in der Bundesliga etablieren. Und die Transfers, die bislang so gemacht wurden, machen meiner Meinung nach auch auf jeden Fall Hoffnung darauf. Denn mit Tide hat man eine gute Nummer zwei geholt. Mit Lusli einen guten Innenverteidiger für die Breite. Paslak gibt weitere Optionen auf den Außen. Beiro, sehr guter zentraler Mittelfeldspieler, der natürlich auch schon bekannt ist bei Thomas Leitsch. Und dann haben wir noch Lukas Daschner und Moritz Brony-Quarteng, die eine richtig gute Zweitligasaison gespielt haben. Grundsätzlich steht damit auch der Kader. Auf der einen oder anderen Position sucht man noch nach Verstärkung. Vor allem in der Innenverteidigung und auf der linken Seite. Leitsch, Schlotterbeck, Wittek sind ja dort Namen, die immer wieder gehandelt werden. Gehen könnten sicherlich noch Gerrit Holtmann und Luis Mousset. Aber bis hierhin hat das Bochum echt richtig, richtig gut gemacht. Einen einzigen Neuzugang hat der Mainz bislang vermeldet. Und das ist Daniel Batz als Nummer zwei. Mehr ist noch nicht passiert. Wird es aber sicherlich noch. Denn die Innenverteidigung und auch die Sechser-Position ist hier klar im Fokus. Sepp Vandenberg und Tom Kraus, zwei ehemalige Schalker, sind ja dort sehr, sehr hoch im Fokus. Und dann könnten sicherlich auch Spieler wie Leitsch noch gehen. Zudem auch eine aus dem Duo Stach und Barrero. Ich denke mal, dort könnte auf jeden Fall dann noch ein bisschen was passieren. Freiburg spielt ja erneut europäisch. Auf dem Transfermarkt ist bislang bis auf Müller und Adamu noch nicht wirklich viel passiert. Vor allem offensiv schaut man sich aber nach weiteren Verstärkungen um. Auch auf der Sechser-Position sehe ich nochmal ein bisschen Steigerungspotenzial. Da könnte man auf jeden Fall nochmal nachlegen. Linke Verteidigerseite habe ich jetzt nochmal dir beigeschrieben. Wenn man da vielleicht der Meinung ist, irgendeinen guten Backup für Günther zu bekommen. Bedingt durch die Ausleihe von Ezequem. Ansonsten könnten sicherlich noch Schlotterbeck, Keitel oder auch John gehen. Um Roland Soloi gibt es ja auch immer mal wieder zumindest mal lose Gerüchte. Also auch wenn es in Freiburg bislang noch relativ ruhig geblieben ist, könnte sich da auf jeden Fall noch ein bisschen was tun. Bei Hoffenheim soll sich ja zur kommenden Saison auch ein bisschen was tun und sich vieles ändern. Dafür braucht es meiner Meinung nach neben Grilic, Justwan und Bülter aber auch noch weitere Neuzugänge. Die Außenverteidigung ist sicherlich ein Thema, ebenso wie der Offensivbereich. Klar ist aber auch, dass der Kaderstand jetzt viel zu groß ist. Also da müssen auf jeden Fall Spiele abgegeben werden. Da hat Alexander Rosen noch ordentlich Arbeit vor sich. Frankfurt will er mit Dino Topmüller so richtig angreifen und die ersten Transfers, die machen auf jeden Fall Lust auf mehr. Denn natürlich haben wir mit Pacho und Larsson zwei super interessante Talente verpflichtet. Oma Mamouche konnte man wenig falsch machen. Ablösefrei, flexible Offensivspieler und vor allem die Deals mit Robin Koch und erst recht Elias Giri sind meiner Meinung nach klare Ausrufezeichen. Schafft man es jetzt noch, Kolomua nie zu halten, hat man sicherlich noch das Thema Außenverteidigung, wo man nochmal nachlegen möchte. Der Kader muss auch noch auf jeden Fall verkleinert werden. Auch hier mal wieder Thema Leihrückkehrer, die wahrscheinlich keine große Rolle spielen. Und ansonsten ist man dann bei dem Abgang von Jesper Lindström noch auf der Suche nach einem weiteren Spieler für die Offensive. Auch Heidenheim setzt auf dem Transfermarkt bislang nicht auf typische Aufsteiger-Transfers mit Bundesliga-erfahrenen Spielern, so würde ich es jetzt mal formulieren, sondern vor allem auf hungrige junge Spieler, die den nächsten Schritt machen wollen. Klar, Gimba und Dovidan sind jetzt auch nicht mehr Anfang 20, aber auch eher Bundesliga-unerfahrene Spieler. Und das ist vielleicht jetzt nicht der typische, aber dafür schon auch ein mutiger Weg, um die Klasse halten zu können. Weitere Neuzugänge, aber auch schon in jedem Mannschaftsteil sind gut möglich, um einfach dort die Qualität nochmal anheben zu können. Der Kader vom VfL Wolfsburg, der ist auf jeden Fall deutlich zu groß. Da muss erstmal aufgeräumt werden, bevor weitere Neuzugänge kommen. Aber unabhängig davon soll auf jeden Fall ein neuer Linksverteidiger her und auch Versteckung für die Zentrale kommen. Vor allem Robin Gossens ist ja hier immer wieder ein Thema. In der Innenverteidigung hat man mit Jens und Sesik auf jeden Fall gut vorgearbeitet für mögliche Abgänge. Micky van der Veen und auch Sebastian Borno werden ja dort immer wieder gehandelt. Mit Czerny und Tomasch hat man sich in der Offensive nochmal breiter aufgestellt. Der VfB Stuttgart will ja diese Saison vieles besser machen. Die Performance auf dem Transfermarkt, die muss dafür aber auch besser werden. Denn bislang sehe ich dann noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Denn man hat erst zwei Neuzugänge mit Mittelstädt und Milosevic. Milosevic, Mittelstädt, ja, kann man machen. Für die Kaderbreite sicherlich gut. Sollte Borna Sosa gehen als Ersatz meiner Meinung nach zu wenig. Milosevic, sehr, sehr junges Sturmtalent. Muss man mal gucken, welche Rolle er schon spielen kann. Zudem haben wir kaum Verkäufe plus auch einen aufgeblähten Kader. Und das macht es sicherlich Sebastian Hoeneß bis hierhin nicht wirklich leicht. Denn klar ist, man braucht wahrscheinlich erstmal ordentliche Transfer-Einnahmen. Mavropanos ist hier sicherlich ein wahrscheinlicher Kandidat. Borna Sosa, wie gesagt, natürlich auch. Castanaras könnte verliehen werden. Gildias wieder abgegeben werden. Und die ganzen Leihrückkehrer müssen dann wahrscheinlich auch erstmal endgültig weg. Und on top gibt es halt dann noch im Kader mehrere Baustellen, wo Verstärkung benötigt wird. Im Tor sucht man eigentlich nur neue Nummer 1 oder zumindest mal einen Konkurrenten für Bredlo. In der Innenverteidigung muss was passieren, wenn Mavropanos geht. Im Zentral-Mittelfeld könnte auf jeden Fall unabhängig davon, wer kommen. Yannick Keitel steht dort auf der Liste und offensiv will Hoeneß gerne Jong haben. Aber auch das wird wahrscheinlich nichtmals ausreichen. Also Stuttgart, da ist auf jeden Fall spannend, was in den nächsten Tagen und Wochen dort so passieren wird. Mit Rami Benzebaini und Felix Metscher hat ja Dortmund zweimal bei der Bundesliga-Konkurrenz zugeschlagen. Um aber Bayern auch wirklich Konkurrenz zu machen, braucht es mehr als das. Denn das ist sicherlich Stand hier und heute noch so ein bisschen zu wenig. Denn mindestens einen weiteren neuen Spieler für die Zentrale, um Bellingham zu ersetzen, braucht es. Und auch rechts hinten sucht man nach einem neuen Spieler. Wirklich konkrete Namen gibt es dort aktuell aber nicht. Klar, Ivan Fresnedda soll eigentlich der rechte Verteidiger werden. Das Gerücht gibt es ja schon seit dem Winter. Konkret ist die ganze Story aber weiterhin nicht. Es droht sogar zu platzen. Edson Alvarez ist auch erstmal kalt geworden. Die Spur fürs zentrale Mittelfeld. Jadon Sancho, klar, die Rückkehr ist durchaus ein Thema. Aber aktuell auch nicht so wirklich heiß. Also ich frage mich aktuell noch so ein bisschen, wo sieht sich Dortmund selber? In diesem Transfermarkt hat man aktuell vielleicht die Planung erstmal gucken, was der Markt hergibt, um erstmal vielleicht auch den Kader selber beurteilen zu können. Klar ist auch, Spieler wie Meunier, Morey, Koulibaly oder auch Hazard dürfen, können, sollen den Verein auf jeden Fall verlassen. Also da ist natürlich auch noch Potenzial, den Kader zu verkleinern, Budget zu sparen, Kaderplätze freizumachen. Aber wenn sie bei England Matcher sind, gute Deals, da kann man sicherlich nicht so viel falsch mitgemacht haben. Aber da muss auf jeden Fall Sebastian Kehl nochmal deutlich nachlegen. Und somit war das die aktuelle Folge von Transfer inside Bundesliga Anfang Juli. Wir sehen, einige Vereine haben auf jeden Fall noch reichlich zu tun auf dem Transfermarkt. Umso spannender, wenn wir eben jede Woche das aktuelle Update geben. Was hat sich geändert? Wie sieht der Kader aus? Welche Transfers könnte es noch geben? Deswegen könnt ihr jetzt mal sehr, sehr gerne eure Meinung zu dieser Format-Idee in die Kommentare schreiben. Sollen wir das jede Woche so wiederholen mit den aktuellen Updates und natürlich auch sehr, sehr gerne für die zweite Liga machen? Schreibt all das mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.